Wir machen ja für YouTube hier und ihr habt einen ganz schönen Zug. Du hast ja fast leer, das Ding. Ja, natürlich ist es leer. Ich habe so ein Ding mal getrunken, da waren wir es nicht mehr so richtig. Ja, das ist halt die Übung. Achso, du bist eine Übung. Ja. Das haben sie mir auch gesagt. Wir haben lange trainiert, als wir das geschafft haben. Wie viel Maß schaffst du so? Was denkst du? Also in Hofer haben wir eins geschafft. Ja, und jetzt schaffst du? Das kann ich dir nicht sagen. Das habe ich nicht probiert. Also wir haben überlegt, wie lange das hinhaut, aber für die Strecke jetzt ein Maß. Ein Maß, das ist gut. Dann wünsche ich euch viel Spaß heute. Vielen Dank. Das wird klappen. Das wird klappen. Jetzt ist da alles dran. Nette Frauen hier. Nette Frauen, YouTuber. Das sind immer nett. Ja, ja, ich habe ja meinen YouTuber und ich kenne nur nette Frauen. Und da sagt er, das stimmt nicht. Ich sage, doch, ich kenne nur nette Frauen. In Unterkast auf jeden Fall. In Unterkast auf jeden Fall. So muss es sein. Eine schöner als die andere. Ja, deswegen. Aber da sind die ganzen Schönen immer schon vergeben. Das ist das Problem. Das habe ich auch. Ja, ja, das kenne ich. Aber wir müssen halt nehmen, was wir kriegen. Mir haben sie gesagt, in Bayern nicht. Weil die Schleife da, die Frauen. Also du auf der Seite, das ist vergeben. Auf der anderen Seite, die sind noch. Ja. Und hinten drunter, das sind dann die Gewitweten. Gewitweten. Ja, ja. So, Achtung. Also du bist schon weggeheben. Ja, es tut mir leid. Ja, gut. Na, guck mal, wie es nächstes Jahr ist. Ja, genau. Wir schauen mal auf nächstes Jahr. Okay, danke dir. Okay, okay. Wir stehen zur Verfügung. Ja, wir haben der eine Frau gesagt, da gibt es nur schöne bei euch in Unterkatz. Muscheln? Nur schöne Frauen? Nur schöne. Nur schöne Frauen, ja. Da hat sie da total recht. Hat sie recht, gell? Hat sie recht. Na ja, also Unterkatz hier, die... Gucken Sie sich doch selber um, dann sehen Sie es doch. Ja, aber sie hat auch gesagt, die Schönsten, die sind schon vergeben. Ja. Hä? Schlecht für mich. Schlecht für mich. Ich bin dort schöner. Aber da sind sie ja auch schon vergeben. Ja, bei mir ist es nicht so... Nicht so... Hey, wenn ich eine schönere finde, eine netteere, muss ja auch nett sein, muss ja gut auskommen. Also der Tausch muss sich unnatürlich lohnen, ne? Ja, 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 ja. Okay, da bleibe ich noch ein bisschen hier bei euch. Macht's gut. Ciao. Hey, ihr habt ja so ein richtiges Urlaubsfeeling, ihr zwei. Ihr seid ein Reisebüro. Genau. Ja, 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 ja. Ich wollte ja auch mal irgendwo hin, in die Südsee, wollte ja mit in die Südsee. Ich spendier auch alles. Ja, ich spendier doch alles. Ja, dann rufst du mal an. Ja, dann ruf ich mal an. Dann fahren wir mit. Gut, bei YouTube sehen wir uns dann alle. Okay. Okay.